Stuttgart Ja, Bock haben wir alle auf das Spiel. Ich glaube, das ist ein absolutes Top-Spiel am Montagabend. Natürlich wird es auch ein schweres Spiel für uns in Stuttgart auswärts, aber ich glaube, dass wir uns die Woche gut vorbereitet haben und noch werden und wir dann auch bereit sind für das Spiel. Ich glaube, das zeichnet uns diese Saison aus, diese mannschaftliche Geschlossenheit. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr starken Charakter in der Mannschaft und uns wirft nichts so schnell zurück. Und ich glaube, das ist das Gute dieses Jahr. Ja, Stuttgart hat natürlich auch, wie wir, auch gut nachgerüstet. Haben auch sehr gute Spieler, vor allem auch in der Offensive. Ja, Qualität haben die auch, aber wir haben auch genug Qualität in der Mannschaft. Ich denke, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe sind und ja, die Tagesform wird entscheidend sein an dem Tag. Wir bereiten uns für jeden Gegner gleich vor. Nur weil es jetzt Stuttgart ist, machen wir jetzt keine besonderen Sachen. Wir haben unsere Spielphilosophie und die ziehen wir jedes Spiel durch und das werden wir auch in Stuttgart zeigen. Einen speziellen Song habe ich nicht, aber ich höre eher ruhige Musik, um nochmal runterzukommen. Und ja, in der Kabine haben wir dann hier einen DJ, der uns dann auf das Spiel vorbereitet. Ja, ich denke, dass wir auf jeden Fall in Stuttgart gewinnen werden. Ja, ich hoffe auf zahlreiche Unterstützung der Fans in Stuttgart. Das wird ein sehr, sehr besonderes Spiel für uns, auch ein wegweisendes Spiel. Und deswegen werden wir da alles Mögliche tun, um da mit drei Punkten Nachwurfer zurückzukommen.